Wenn sich diese tote Hand bewegt, wird das Monster losgelassen, das von einem Mann erschaffen wurde, den sie einen Irren nannten, um die Herzen der Männer mit Schrecken zu füllen, um Frauen in unkontrollierte Hysterie zu versetzen, die Unschuld von Kindern auszurzen. Dies ist die Geschichte, von der sie gehört haben, über die sie gesprochen haben, die packende Geschichte, die blutige Geschichte von Frankenstein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017